So und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Apple-Gutschein einlösen kann. Dafür geht ihr einmal in den App Store rein und drückt nun oben rechts auf euer Profil. Nun drückt ihr auf den Punkt Karte oder Code einlösen, wie in dem Falle hier. Und könnt nun entweder per Kamera euren Code einlösen oder manuell einlösen. Wir machen das hier mal manuell. Dann müsstet ihr einfach hier euren Code eingeben, den ich jetzt nicht zur Verfügung habe. Und dann drückt ihr einfach auf den Punkt Einlösen und somit habt ihr euer Guthaben aufgestockt. Ich würde mich über ein Liken und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.